Das Coronavirus macht Schlagzeilen. Fast stündlich erscheinen neue Artikel und Videos im Internet. In Deutschland wurden erste Fälle bestätigt. Da läuten bei vielen die Alarmglocken. Wir haben Menschen in der Innenstadt befragt. Die meisten sehen die Meldungen noch gelassen. Angst, dass das Virus auch in Cottbus ausbrechen könnte, haben die wenigsten. Da wir keine Bekannten haben, die im Ausland sind und auch nicht welche, die husten, habe ich also keine Bedenken. Jetzt noch nicht. Also ich wohne in der Schweiz, deswegen ist es mir eigentlich egal, ob es nach Cottbus kommt. Aber das kann ja überall hinkommen. Aber Sorgen mache ich mir da jetzt nicht. Weil Cottbus nicht eine Insel ist und das Virus sukzessive über China nach Europa schwappt und wir keine Insel sind, wie gesagt, und wir mit Sicherheit auch damit rechnen müssen. Dass es uns ahr eilt. Das sehe ich nicht so in dem Sinne. Ich nehme mal an, dass man da so ein bisschen übertreibt in dem Sinne, wie damals verschieden in den Schweinegrippen oder so was dann, ja, oder Vogelvirenkrippe und so was alles. Ja, darüber unterhält sich heutzutage keiner mehr. Aber, ja, ich sage mal so, Vorsicht ist okay, aber übertreiben sollte man das auch nicht. Die Stadt sieht das ähnlich. Der Verwaltungsstab, bestehend aus Feuerwehr, Polizei, dem CTK und der Stadtverwaltung, trifft trotzdem Vorbereitungen. Im Ernstfall ist schnelles Handeln wichtig. Bürger können sich außerdem auch auf der Internetseite der Stadt über das Virus informieren. Dazu hat die Stadtverwaltung eine Hotline für Verdachtsfälle eingerichtet. Die Nummer 0355 632 339 ist rund um die Uhr erreichbar. Anrufer können dort ihre Fragen zum Virus loswerden. Wer also Symptome meint zu bemerken, sollte eben gerade nicht zum Arzt gehen, sondern zunächst zu Hause bleiben und telefonisch sich erkundigen. Dafür ist dann unter anderem auch die Hotline gedacht, damit eben eine mögliche Anstrengungsgefahr möglichst weitgehend minimiert wird. Aber all das ist im Moment in Cottbus kein Thema. Viele wollen trotzdem vorsorgen. Besonders begehrtes Stück, der Mundschutz. In Apotheken immer noch Mangelware. Ob der aber wirklich schützt, ist umstritten. Unsere Lager sind leer, der Großhandel bekommt nichts nach. Es ist deutschlandweit nichts zu bekommen, obwohl es gar nicht nötig ist. Wir wissen nicht, warum die Leute das wollen. Ich sage, ein gesunder Mensch schützt das gar nicht. Dazu bräuchte man, wenn, dann überhaupt diese Spezialmasken mit diesem FFP3-Filter. Die sind aber auch ausverkauft. Hände waschen ist wahrscheinlich die bessere Alternative. Normale Seife reicht dazu vollkommen aus. Wichtig ist, gründlich schrubben zwischen den Fingern und den Daumen nicht vergessen. Das Ganze mindestens für 30 Sekunden. Wer nicht zählen will, singt in Gedanken einfach zweimal Happy Birthday. Wer nie bleibt. Sie sind viele Jäsen schon versteht. Vielen Dank.